Sie möchten die Noten am Bildschirm möglichst groß anzeigen oder möglichst viele Noten oder doch lieber exakt das Druckbild der Handy-Ausgabe sehen. Und zum Üben möchten Sie bei Klavier Kammermusik die Solo-Instrumente ausblenden. Schauen wir diese Features genauer an. Gehen Sie auf einer beliebigen Notenseite durch Fingertippen im Menü rechts oben auf das Einstellungen-Symbol. Hier können Sie den Bildschirmhintergrund zwischen weiß und hellgrau umschalten. Und hier haben Sie die Auswahl zwischen Print-Ausgaben-Layout und Benutzerdefiniert. Das Print-Ausgaben-Layout wird eins zu eins von den berühmten Handy-Ausgaben übernommen. Oder Sie können das Layout selber definieren. In diesem Fall können Sie den Raum links und rechts und zwischen den Notensystemen verkleinern bzw. vergrößern. Sie können Ihre Musiknoten auch im Hoch- oder Querformat anzeigen lassen. Einfach Ihr Tablet drehen. Bei einem kleineren Bildschirm ist Querformat besonders praktisch. Falls Sie ein größeres Tablet verwenden, können Sie die neue Zwei-Seiten-Ansicht ausnutzen. Diese Option gibt es nur, wenn Sie Ihr Tablet ins Querformat drehen. In diesem Modus sehen Sie zwei Seiten nebeneinander. Ein besonderer Vorteil für Ihre Auftritte. Bitte beobachten Sie, dass diese Ansicht auf kleineren Bildschirmen zwar funktioniert, wirkt aber besonders gut auf größeren Geräten. Wenn Sie Kammermusik üben, können Sie sogar die Solostimmen ausblenden. Einfach keine überlegten Stimmen einschalten. Dieses Feature ist für Pianisten besonders nützlich. Achtung, Tabletangaben und andere Texte können dadurch manchmal verschwinden. Mit dem nächsten Feature kann jeder neue Satz auf einer neuen Seite angezeigt werden. Ich gehe jetzt, sagen wir, zum dritten Satz. Und jetzt ist das Feature eingeschaltet und ich werde dann die überlegten Stimmen wieder einblenden. Und wenn ich dieses Feature ausschalte und ich gehe zurück, dann zum dritten Satz, dann sieht man, dieser Satz fängt dann doch mitten auf der Seite an. Sämtliche Features, Drucklayout oder benutzerdefiniertes Layout, keine überlegten Stimmen, Satzanfang auf einer neuen Seite, alles funktioniert auch in der Zwei-Seiten-Ansicht. Mit den vielen einzigartigen Features, die Musiknoten anzuzeigen, können Sie jedes Musikstück nach Ihren Vorlieben anzeigen lassen und dabei die bewährte Handyqualität beibehalten. Viel Spaß beim Üben!